Ja, hallo, mein Name ist Tina, ich bin Rechtsanwältin und Medizinstudentin und ich bin erst seit kurzem bei Pietro dabei. Ich habe aber schon große Fortschritte gemacht, also das heißt, mein Schlafrhythmus ist besser geworden. Ich fühle mich ja auch allgemein eigentlich viel besser und ja, ich bin gespannt, was jetzt noch so weiteres kommt. Seit circa Juli, glaube ich, nehme ich kein Medikament mehr, kein Euterox mehr. Also ich habe direkt abgesetzt, als ich mit Pietro angefangen habe und ich merke auch, dass ich das überhaupt nicht mehr brauche. Mir geht es auch besser und die Blutwerte sind einigermaßen in Ordnung, können aber noch besser werden, denn ich bin ja erst seit kurzem dabei. Aber es sieht schon sehr gut aus und was ich noch zu Pietros Betreuung sagen will, ist, dass es ein Mensch ist, der sehr, sehr viel Ahnung hat. Also er weiß genau, von was er spricht und ich vertraue ihm zu tausend Prozent und außerdem ist er ein sehr, sehr liebevoller Mensch und ist immer bereit, dir alle möglichen Fragen zu beantworten und ja, man fühlt sich halt auf dem Weg begleitet. Und das ist wirklich super, kann ich nur weiterempfehlen.